So, wunderschönen guten Abend meine lieben Facebook-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Bernhard-Sunday-Live-Talk. Wir informieren dein Publikum, dass du live bist, diesmal natürlich wieder auf der öffentlichen Seite, was das Ganze schwieriger macht, zwar mich vielleicht zu finden, aber dafür sind wir da, wo wir auch langfristig hingehören. Heute zwei sehr, 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 sehr spannende Themen und zwar einmal vom Chris Lutze, ich werde das vielleicht kurz auch mal einlieben. Der Chris hat also geschrieben, Chris Lutze, noch ein Thema, dem viele Schüler immer wieder verwirrt sind, muss ich bei Vorhanden seines Mehrzweckstreifens 1,5 Meter Abstand zu einem Radfahrer einhalten. Ja, meine Lieben, das werden wir uns heute mal ganz genau anschauen mit einigen OGH-Urteilen, das wird also eine recht spannende Sache. Und dann haben wir noch ein zweites Thema, das auch sehr viele Lenkerprüfer bewegt und wo es also auch bei den Lenkerprüfern in Österreich eine gewisse Kontroverse gibt und ich will hier also nur dann eben auch was aufzeigen dazu. Viele Leute diskutieren auch mit der Polizei. Das zweite Thema, darf man mit einem Motorrad den Mehrzweckstreifen benutzen, um an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbeizuschauen? Ja, also das sind zwei Themen, wo ihr mir es nicht wirklich leicht gemacht habt, aber trotzdem danke. Übrigens danke auch für die vielen, vielen weiteren Themen, die reingekommen sind. Es freut mich also unglaublich, dass dieser Live-Talk immer bekannter wird und ich werde selbstverständlich im zweiten Teil dann nach diesen 15 Minuten mal auf alle Themen, die ihr gegeben habt, auch kurz eingehen und da sind also schon einige Themen für die nächsten Wochen auch dabei. Ich würde sagen, schauen wir gleich direkt zum ersten Thema, zu dieser spannenden Sache, die also wirklich auch die Entscheidungsfrage der Prüfungen spannend macht. Sagen wir es mal so, ich möchte mich also jetzt wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist ein spannendes Thema und wir haben sehr spannende OGH-Uteile dazu gefunden. Was ich an dieser Stelle aber ganz klar sagen will, ich möchte mich also hier distanzieren von ihrer Haftung aus diesen ganzen Sunday-Live-Talks. Das kann ich natürlich nicht übernehmen, ich sage es auch gerne warum, ich habe keine Lust dazu, denn ich mache das Ganze so gratis, es macht uns Spaß, mir geht es hier viel mehr um die Diskussion um die gemeinsame, als um die Tatsache, dass ich jetzt hier irgendwo für haften will, sondern ich möchte nur aufzeigen, Diskussionspunkte und ich würde euch also besonders heute sowohl dann auf YouTube, als auch jetzt hier live darum bitten, auch eure Standpunkte zu diesen Themen zu bringen, ruhig auch eure Meinungen mit vielleicht auch entsprechend Links zu posten. Sinnvoll wäre natürlich, wenn man versucht, das was man postet auch zu belegen durch entsprechende Gesetzestexte oder Auslegungen, OGH-Uteile etc. Gut, die Frage nochmal, das erste Thema jetzt für alle, die jetzt eingestiegen sind, was war nochmal das erste Thema von Chris? Das war eben diese Frage nach, muss ich bei Vorhandensein eines Mehrzweckstreifens wirklich 1,5 Meter Abstand zum Radfahrer einhalten? Ja, wenn man sich die Bodenmarkierungen in Wien anschaut, ist das natürlich eine verständliche Frage, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt direkt gleich ins Gesetz und schauen uns mal an, was ich in der StVO dazu gefunden habe. Und da müssen wir mal schauen, die Begriffsdefinition von dem Ganzen, was ist eigentlich überholen? Natürlich, der Chris hat schon vollkommen richtig gesagt, beim Vorbeibewegen an einem Mehrzweckstreifen, er weiß natürlich, dass es kein Überholen ist, aber ich möchte jetzt alle in diesem Live-Talk mitnehmen bei der Sache. Und wir schauen uns mal die Begriffsdefinition interessant, was ist überhaupt überholen? Und das werden wir öfters im Dasein als Verkehrsdennehmer brauchen. Und unter Überholen versteht man das Vorbeibewegen eines Fahrzeuges an einem auf derselben Fahrbahn in der gleichen Richtung fahrenden Fahrzeug. Und jetzt ganz wichtig, nicht als Überholen gelten das Vorbeibewegen an einem auf einem Verzögerungs- oder Beschleunigungsstreifen fahrenden Fahrzeug oder an einem auf einem Radfahrstreifen fahrenden Radfahrer, sowie das Nebeneinanderfahren von Fahrzeugreihen auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf Fahrbahnen mit mehr als einem Fahrstreifen für die betreffende Fahrtrichtung und das Nebeneinanderfahren auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit im Sinne des § 7 Absatz 3a. So, jetzt will ich euch also ein paar so Inputs zu dem Ganzen geben, dass man da auch was mitnehmen kann davon. Wir befinden uns hier jetzt in der Begriffsdefinition in § 2 StVO. Ich werde euch sämtliche Paragraph- und OGH-Urteile im Anschluss dann mit Link dazu posten, dass sich das auch jeder selber in Ruhe durchlesen kann und vielleicht auch dann eben bitte hier drunter zu diesem Thema auch der Christ bitte seine Meinung nochmal kundtun, weil es ist ja nur eine Meinung, die ich hier sage. Eure Meinungen zählen genauso viel natürlich und das ist ja der Sinn des Sunday Live Talks. Was ich noch dazu erklären will, der § 7 Absatz 3a ist die sogenannte freie Fahrstreifenwahl und das Nebeneinanderfahren bei Kolonnenverkehr, was hier vorher angesprochen war. Jetzt ist es noch so, dass ich ganz kurz eingehen möchte auf diesen Mehrzweckstreifen, das habe ich zwar ursprünglich für den Schluss dieses Gesprächs geplant, aber ich zeige es euch jetzt her, denn es ist eigentlich sehr interessant für uns. Erstens liest man sich die Begriffsdefinition des Mehrzweckstreifens durch und das ist wirklich ein bisschen eine neue Definition, meine Lieben. Dann steht hier, ein Mehrzweckstreifen ist ein Radfahrstreifen oder ein Abschnitt eines Radfahrstreifens, der unter besonderer Rücksichtnahme auf die Radfahrer von anderen Fahrzeugen befahren werden darf. Wenn für diese der links an dem Mehrzweckstreifen angrenzende Fahrstreifen nicht breit genug ist oder wenn das Befahren durch Richtungsfeile auf der Fahrbahn für das Einordnen zur Weiterfahrt angeordnet ist. Das heißt, was schließen wir bis jetzt aus dem Ganzen, was wir gelesen haben? Erstens einmal, wir wissen einmal, was ist Überholen? Zweitens, wir wissen, dass es kein Überholen ist, wenn wir uns an dem Rad vorbei bewegen, aber wir müssen trotzdem am Ende des Tages hier reinschauen in den Paragraf 15, denn in Wirklichkeit können wir nur eine Analogie schließen zum Überholen. Und jetzt müssen wir im Überholen schauen, wie wird der Abstand beim Überholen definiert, damit wir uns überlegen können, naja, wie ist dann der Abstand, wenn wir uns vorbei bewegen an einem anderen Fahrzeug, ohne dieses zu gefährden. Und da müssen wir reinschauen in den Paragraf 15 Absatz 4. Beim Überholen ist der Verkehrssicherheit und Fahrgeschwindigkeit ein sprechender seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das überhol wird, einzuhalten. So, mehr gibt in Wahrheit die StVO zu diesem Mal nicht her. So, jetzt schalte ich mal wieder ein bisschen auf mich, dass wir ein bisschen miteinander reden können. Daher auch hi, servus Chris, servus Ezra, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, schön, dass ihr da seid. Und jetzt müssen wir sozusagen gemeinsam überlegen, was könnte man jetzt machen als interessierter Verkehrsteilnehmer, um hier genauere Ideen zu bekommen, welcher Abstand jetzt das sein könnte. Im Gesetz steht nirgendwo eine genaue Angabe der Meta. Falls jemand eine findet, bitte postet das unter das Video. Ich habe also wirklich die letzte Nacht recherchiert und nichts dazu gefunden. Brauche einen Schluck Kaffee. Okay, es war heute saukalt beim Fahrzeugertraining. Ich fühle mich auch ein bisschen grippig, aber trotzdem mit voller Energie für euch da. So, war auch ein bisschen stressig jetzt das Ganze. Aber, wo könnten wir reinschauen? Natürlich, wir könnten reinschauen in Fahrschulbücher, aber die müssen sie auch irgendwo her haben und wir können reinschauen ins Prüferhandbuch. Das werden wir beides machen. Aber zuvor habe ich mir überlegt, interessant wäre mal sämtliche OGH-Urteile herauszusuchen, also Oberste Gerichtshof-Urteile, die dieses Thema behandeln. Denn wer soll nicht bestimmen, wenn nicht der Oberste Gerichtshof, was der Sache ist. Und da habe ich euch rausgesucht, tatsächlich die Themen, eigentlich seit 1956, was der OGH hier entschieden hat. Und schauen wir jetzt direkt in diese OGH-Urteile. Ich weiß, ich darf nicht reden, hat die Rebecca gesagt. Ich habe jetzt bewusst unterbrochen während des Umschalten. So, jetzt hört ihr mich wieder und schauen jetzt in diese OGH-Urteile mal rein. Auch die verlinke ich euch natürlich danach, um sie euch dann nachher allen zu zeigen. So, zum 15 Absatz 4 müssen wir jetzt analog schauen, nämlich bezüglich der Seitennahme. Und da habe ich jetzt dieses OGH-Urteil von, Moment, da haben wir sogar noch ein früheres, von 1956 in dem Fall, das erste gefunden. Da schauen wir jetzt bis zu den heutigen Urteilen so überblicksmäßig durch. Natürlich will ich eure wertvolle Zeit nicht endlos strapazieren, aber ich glaube, es ist sehr interessant hier, die, ja, ich bemühe mich, ja, ich bemühe mich, Rebecca. Und schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, ja. Es ist aber so, dass wir hier eben jetzt einmal so überblicksmäßig diese Urteile anschauen. Und da haben wir von 1956 den ersten Rechtssatz eines OGH-Urteils. Im Allgemeinen genügt den Abstand von einem Meter beim Überholen des Radfahrers durch einen Personenkraftwagen. Und das finde ich ein sehr, sehr interessantes OGH-Urteil, das in meinen Augen, und bitte, ich möchte das jetzt wirklich sehr vorsichtig formulieren, aber dass man, denke ich, also auch die OGH-Urteile sehr wohl auch zum Beispiel bei einer Lenkerprüfung natürlich mit einbeziehen sollte, als auch natürlich bei einer etwaigen Diskussion mit einem anderen Verkehrseinnehmer oder einem Polizisten oder was auch immer. Immerhin ist es ein OGH-Urteil. Und jetzt schaut man hier weiter. Natürlich, klar, OGH-Urteil ist eben ein Urteil, ja, schon klar. Aber ich finde es interessant, wie der oberste Gerichtshof hier mehrfach entschieden hat. Jetzt schauen wir hier weiter. 69 hat man dann dazugefügt, das gilt aber nicht bei einer Fahrgeschwindigkeit von 85 bis 100 kmh und einer Sichtbehinderung. Gut, wenn wir jetzt vom Ortsgebiet reden und ich nehme an, Chris, sag mir, wenn es anders ist, ich nehme an, du sprachst bei deinem Thema vom Ortsgebiet mit Mehrzweckstreifen, weil wir werden selten auf der Freilandstraße mit einem Mehrzweckstreifen zu tun haben. Das heißt, wir haben hier so diese ganz spannende Beurteilung, die eigentlich das Ganze ein bisschen am Kopf stellt mit diesem einen Meter. Ja, wir sind natürlich noch nicht fertig und es kommen hier noch mehrere Meinungen. Ja, danke, Chris, passt, dachte ich mir dazu. Ja, also das heißt, aber dieses Urteil bleibt noch immer bei dem einen Meter. Wir schauen jetzt weiter runter zu weiteren Urteilen. Es gibt dann hier einen weiteren Rechtssatz von 69, der Seitenabstand muss umso größer sein, je höher die Fahrgeschwindigkeit des überholenden Fahrzeugs und je labiler das überholte Fahrzeug mehrspurig einspurig ist. Beim Überholen des einspurigen Fahrzeugs ist unter normalen Umständen Seitenabstand von einem Meter ausreichend. Jetzt sind wir wieder bei dem einer Meter und nicht bei den 1,5 Meter, um die wir so oft in unserem Leben ja schon diskutieren. Nicht aber, und da hat man das wieder wiederholt von dem damaligen Entscheidung, bei 85 bis 100 und Sichtbehinderung. Gut, ich will euch jetzt, wie gesagt, nicht die Zeit endlos nehmen, ihr könnt das in Ruhe nachher selbst weiter durchlesen. Ich will hier nur bei diesem Sunday Live Talk nach und nach das zeigen, was es hier gibt. Der Seitenabstand muss umso größer sein, je höher die Fahrgeschwindigkeit des überholenden ist, je labiler, das wiederholt sich also hier immer wieder. Dann hat man hier diverse Beisätze, bei wenig kann das aufmachen. Aber am Ende des Tages kommen wir immer wieder auf diese gleiche Anzahl, auch 73 wieder. Beim Überholen des einspurigen Fahrzeugs unter normalen Umständen ein Seitenabstand von einem Meter ausreichend. Nicht aber 85 bis 100 haben wir da wieder das Urteil. Gut, das kennen wir schon. Und dann haben wir noch einmal ein Urteil mit 1,5 Meter und das habe ich mir dann auch genauer angesehen. Und da ging es aber darum, dass ein Motorrad ein Motorrad überholt hat. Und ja, von mir aus machen wir das auch ganz kurz auf, dass man sieht, worum es da geht. Ich verlinke euch diese ganzen Links dann nachher, dass ihr in Ruhe das alles nochmal anschauen könnt. Da ging es um eine Geschwindigkeit von 100 kmh, wo ein Motorrad, wenn ich mich richtig genäß, einer Mofa überholt hat. Und da ging es nur darum, dass man dann sogar gesagt hat, lest euch das in Ruhe durch, der Überholen hat auf den Seitenabstand nicht größer als erforderlich wählen sogar. Da ging es sogar umgekehrt, denn auch er bleibt an die Grundregel des 7 Absatz 1 Rechtsverordnung gebunden. Und da hat man eben gesagt, okay, die 1,5 Meter waren also vollkommen angepasst bei einer Geschwindigkeit von 100 kmh, mit der dieser Mopedfahrer überholt wurde. Der Motorradfahrer hat nämlich geklagt, weil er nach links abgebogen ist, ohne Blinken und schauen und es dann zum Unfall gekommen ist. Also, und da hat man dann nochmal ganz klar vom OGH entschieden, ja, 1,5 Meter bei 100 kmh, vollkommen in Ordnung. Weiter links wäre sogar ein Verstoß gegen die Rechtsverordnung gewesen, wenn man unnötig weit sozusagen ausgeschert hätte im Soge dieses Überholmanövers. Auch das finde ich ein sehr, danke für die Daumen ab, ja, ein sehr interessantes Urteil. Wie gesagt, ich zeige euch hier nur die Urteile. Ich will hier nicht jetzt irgendwie gegen alles rebellieren und so weiter. Und ihr wisst, ich bin selbst Radfahrer und bin natürlich auch an Sicherheitsabstand und an Verkehrssicherheit mehr als nur interessiert, ja. Aber ich finde es interessant, diese Urteile konkret anzuschauen. Und wie gesagt, lest sie euch bitte, wer Interesse hat, durch und sagt mir auch eure Meinung dazu. Ich schaue jetzt nochmal, was ich sonst noch habe. Ja, ich habe noch ein weiteres Urteil hier gefunden. Wer also eine Person, der mit 30ern, etwa 17 kmh, von einem Radfahrer und einer Seitenabstand von 80 cm erholt, haftet für den durch den Kontakterfahrt von Radfahrern entstandenen Schaden weder nach bürgerlich noch nach Kraftfahrzeughaftpflichtrecht. Ihr könnt euch diesen Fall dann auch nochmal genauer durchschauen. Ich fange mit dem jetzt konkret nicht so viel an. Wenn man jetzt ein bisschen lang schaut, da dürfte der Radfahrer dann irgendwo seitlich was erwischt haben und dann sich dann aufgeregt, ja, weil der Autofahrer nur 80 cm Abstand gehalten hat. Man hat also aber hier nochmal empfunden, dass 80 cm offensichtlich sogar genug sind. Wir reden also nicht von 1,5 Meter, auch bei diesem OGH-Urteil. Bitte, wie gesagt, es ist nur einmal ein Vorlesen, wie ich das empfinde. Schaut euch diese OGH-Urteile tatsächlich in Ruhe an. Ich finde es aber spannend, dass wir hier eigentlich immer auf einem Seitenabstand von in etwa bei einem Meter liegen. Wie kommen wir jetzt auf diese 1,5 Meter, die gerade in der Fahrschule und in den Fahrschulbüchern ja immer wieder gepredigt werden? Ich zeige euch jetzt mal ganz spannend den entsprechenden Abschnitt im Prüferhandbuch. So, ja, Rebecca, nicht reden. Moment, ich bin ruhig. So, jetzt darf ich wieder reden. Prüferhandbuch. Schauen wir in dem Fall auf die Seite 75, 74. Ich halte euch das jetzt einfach so vor die Kamera. Ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt hier lesen kann. Seitenabstand, geht das irgendwie? Ich konnte das nur so machen, ja. Und hier steht jetzt geschrieben, von einspurigen bzw. der Person ist abhängig von der Geschwindigkeit und gefahrenen Umständen mindestens 1,5 Meter von mehrspurigen Fahrzeugen umgewegen mindestens 1 Meter Seitenabstand einzuhalten. Bei Schienenfahrzeugen genügt Seitenabstand von 0,5 mindestens. Aber man hat hier sehr wohl, und ich glaube, dass man sich hier wirklich was auch überlegt hat. Man hat hier also sehr wohl auch etwas dazu geschrieben, was ich also bei den Lenkerprüfungen, wo ich dabei war, dann teilweise, also ich finde es gut, dass wir das jetzt hier gemeinsam anschauen. Und auch interessant natürlich für alle Autofahrer, dass wir das hier anschauen, selbst direkt im Prüferhandbuch. Diese Abschnittsrichtwerte können bei ausreichender Geschwindigkeitsreduktion auch unterschritten werden, ohne dass dies als Mangel gewertet werden muss. So, gut, das wollte ich euch jetzt auch nochmal hier geben. Und bitte, ich will jetzt hier nicht rebellieren gegen sämtliche Urteile der letzten zig Jahre bei Lenkerprüfungen. Mir geht es nur darum, dieses also aufzuzeigen, auch im Sinne der verkehrssicheren Interesse der Allgemeinheit, was also hier sozusagen an Dokumenten zu finden ist. Und mich würde jetzt natürlich sehr stark eure Meinung interessieren dazu. Was ich auch noch reinbringen möchte, es sind jetzt noch zwei Punkte, nämlich was findet man in den Fahrschulbüchern, was findet man auch in meinem Fahrschulbuch dazu. Wir schreiben natürlich in den Fahrschulbüchern ganz bewusst eineinhalb Meter hin. Und das ist vielleicht auch eine gewisse Wechselwirkung zum Prüferhandbuch, das aber hier eigentlich auch sehr schlau formuliert wurde, mit dieser Unterschreitung, die möglich ist, weil ja auch die OGH-Urteile, die jetzt, finde ich, wirklich spannend sind, ich kannte die bis heute nicht, eben hier entgegensprechen. Und das muss auch für euch interessant sein, wenn es wirklich mal zu einem Unfall oder so und sonst etwas kommt, weil man hier ganz klar einen anderen Abstand nimmt, als man eigentlich im Allgemeinen Gebrauch verwendet hat. Die eineinhalb Meter schreiben wir in die Fahrschulbücher rein, weil es natürlich hier um die Verkehrssicherheit geht, dass wir sagen, ja, wir haben lieber ein bisschen mehr Abstand. Und ich orientiere mich natürlich mit dem Fahrschulbuch für die Fahrschule auch an Prüferhandbuch und Prüfprotokoll. Ganz klar, wir wollen ja auf die Lenkerprüfung und auf das spätere Leben vorbereiten. Aber wie gesagt, wir haben hier also ganz klar auch irgendwo widerlegt, diese eineinhalb Meter ist dieses Fixum, das wir haben. Ja, also um das, glaube ich, da werden wir noch ein bisschen weiter diskutieren können zu dem Thema. Das war eigentlich auch schon mein Beitrag zum ersten Thema. Ich sage mal so quasi Vorhang zu, alle Fragen offen, aber ich hoffe, ich konnte hier einiges an Input geben. Und es war jetzt wirklich nicht einfach, sich das alles im Kopf zu merken, in welcher Reihenfolge ich euch das hier sagen will. Ich habe versucht, das die letzte Nacht vorzubereiten. Leider Nase zu, fühle mich grippig, aber keine Sorge, ich werde trotzdem in die Arbeit kommen die nächste Woche. Es ist nur so, dass ich mich heute auf die heiße Dusche und auf das Bett nachher freue. Gut, das war das erste Thema. Postet mir bitte jetzt und auch nachher und die nächsten Wochen, Monate und Jahre dazu, was ihr meint. Vielleicht machen wir dann nochmal in ein paar Wochen ein Thema, wo wir das alles einarbeiten gemeinsam. Aber ich denke, es war sehr spannend, sich über diesen Seitenabstand beim Vorbeibewegen, Überholen an einspurigen Fahrzeugen mal genauer zu unterhalten. Ja, Chris, das hoffe ich auch und ich bin gespannt auf die Diskussion. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt hier das entsprechend vorsichtig formuliert. Gut, meine Lieben, das zweite Thema. Mir ist wichtig, dass wir am Beginn immer sehr konkrete Themen durchmachen, nachher in die allgemeine Diskussion übergehen. Und dann werde ich auch, Rebecca, natürlich deine Frage beantworten. Aber das gehört dann schon zu dem Bademantel Teil und Smalltalk. Wir bleiben jetzt noch beim nächsten Thema. Und das zweite Thema ist auch ein ganz entspannendes. Danke übrigens für die guten Besserungswünsche. Ich kann es im Moment brauchen, vor allem dieses Fahrseiz-Training. Es war halt so kalt. Ich liebe Fahrseiz-Training. Aber es war saukalt heute. Da hätte ich ganz gern, vielleicht könnte man die einfach nach Spanien verlegen im Winter, diese Fahrseiz-Training. Wenn man die Schüler fragen, ob sie mitkommen würden. Ja, das zweite Thema war die Frage, darf man, um sich an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbeizuschlängeln, einen Mehrzweckstreifen verwenden mit einem Moped, Motorrad, whatever. Und diese Frage wird also diskutiert im Prüferclub. Diese Frage haben wir diskutiert unter Lenkerprüfern, in der Prüferausbildung, in der Fahrlererausbildung, unter Fahrlerinnen, unter Autofahrern, unter Mopedfahrern. Was da diskutiert wird bei Polizisten, wie oft man da über Dinge diskutiert, das ist unglaublich. Ich versuche jetzt hier mal einfach meine Interpretation der Gesetze und OGH-Urteile hier einzubringen und denke auch, das ist ein ganz entspannender Punkt. Ich drehe jetzt einfach nochmal mein Drehbuch ein wenig um. Aber worum geht es jetzt überhaupt? Vorbeischlängeln, warum darf das überhaupt ein einspuriges Fahrzeug? Ich zeige euch mal diese Bestimmung, die es uns erlaubt, als Einspuriger vorbeizuschlängeln. Ich bin ruhig und rede wieder. Und zwar seht ihr, wenn ihr schaut, wo habe ich das Zeug jetzt offen? Wir müssen jetzt den Paragraf 12 irgendwo finden. Da ist der 12er. Wenn man sich den 12er anschaut, den Absatz 5 steht hier. Ich habe jetzt auch versucht, das übrigens größer zu machen, dass man auch das lesen kann, jetzt mittlerweile langsam. Müssen Fahrzeuge, Verkreuzungen, Straßen, Engen, Schienen, gleichen Eisenbahnübergängen und dergleichen angehalten werden, so dürfen die Lenker einspuriger später ankommende Fahrzeuge nur dann neben oder zwischen den bereits angehaltenen Fahrzeugen vorfahren, um sich mit ihren Fahrzeugen da vorne aufzustellen, wenn für das Vorfahren ausreichend Platz vorhanden ist und die Lenker von Fahrzeugen, die ihre Absicht zum Einbiegen angezeigt haben, dadurch beim Einbiegen nicht behindert werden. So, Punkt, so steht es mal im Gesetz, meine Lieben, aber das sagt uns eben, wir dürfen mit dem Moped, mit dem Motorrad, auch mit dem Fahrrad, selbstverständlich, mache ja auch ich, wenn ich mit dem Fahrrad in der Arbeit fahre, wir dürfen hier an der stehenden Kolonne ohne weiters uns vorbeischränken. Aber jetzt ist die Frage, dürfen wir diesen Mehrzweckschreifen verwenden, ja oder nein? Und das wird auch eine Kontroverse nach diesem Video bleiben, aber ich denke, wir können heute hier tatsächlich Klarheit schaffen. Und da habe ich ein interessantes Urteil gefunden vom OGH, aber ich habe das jetzt nur schon vorbereitet, ich hoffe, ich finde das dann wieder. Blende euch auch dieses nachher ein, also das muss ich alles, ich mache das dann alles nachher, da gibt es mir noch eine Stunde Zeit, dann verlinke ich diese gesamten OGH-Uteile alle zu dem Video und auch auf meiner YouTube-Playliste, da ist wahrscheinlich noch übersichtlicher, einfach unterhalb verlinke ich euch all diese OGH-Uteile, das wäre wild, also nochmal in Ruhe. Sich auch nachher dann durchlesen kann, ich will nur diese Videos nicht endlos lang machen, weil da könnte man ja Stunden über dieses Thema von dir reden, Chris, das Thema, das du mir gegeben hast, aber es hat die meisten Likes gehabt, auch wenn es mir nicht leicht gemacht hat, da habe ich mir gedacht, okay, ich bin ganz fair und wo die meiste Reaktion kommt, da wird das Video gemacht. So, mache ich nicht immer so, aber habe ich diesmal so gemacht. So, da haben wir jetzt gefunden, dass berufungsgewies wies die Kläge zur Gänze ab und es sprach aus, dass die ordentliche Version zulässig sei. Der vom Kläger befallene Radfahrstreifen sei ein Mehrzweckstreifen im Sinne des § 2 Abs. 1 Ziffer 7a, den kennen wir schon und nach § 8 Abs. 4, ja, danke, Chris, ja, ja, nach Abs. 4 Ziffer 2 ist der Vorsicht das Befahren von Mehrzweckstreifen mit Fahrzeugen, die keine Fahrräder sind, nur dann gestattet, wenn der links an den Mehrzweckstreifen angreinzende Fahrstreifen nicht breit genug ist oder wenn das Befahren durch Richtungsfälle auf der Fahrbahn für das 1 und 2 Fahrt angreinzend ist und überdies dadurch Radfahrer wieder Gefährdung behindert werden. Diese Ausnahmedatbestände legen hier nicht vor. So, jetzt muss ich Ihnen natürlich ganz kurz sagen, worum ist es hier gegangen bei dem Ganzen, das war ein Unfall, wo ein Lenker nach links abgebogen ist und im Gegenverkehr kam ein Moped über dem Mehrzweckstreifen entgegen und es kam dann zur Detonation zwischen dem Moped und dem nach links im Gegenverkehr einbiegenden Autofahrer. Und der Mopedfahrer hat also gesagt, ja der Autofahrer ist schuld, weil Gegenverkehrsregel, kurz zusammenfassend, ihr könnt das wirklich in Ruhe natürlich dann durchlesen und der Autofahrer hat gesagt, ja gut, ich konnte nicht damit rechnen, dass hinter dem Lkw auf einem Mehrzweckstreifen, der eigentlich eine Radfahrenlage ist und wir haben also heute ja wirklich jetzt wieder gelesen, der Mehrzweckstreifen ist laut Definition ein Radfahrstreifen. Das ist also ganz interessant, das habe ich bis jetzt so nicht direkt gelesen, muss ich die ganze Zeit nicht zugegeben, also es ist tatsächlich ein Radfahrstreifen, der einfach in diesem Abschnitt als Mehrzweckstreifen gekennzeichnet ist, damit gelten grundsätzlich alle Bestimmungen des Radfahrstreifens. So, und man hat hier also dann gesagt, okay, der Kläger habe daher gegen 8 Absatz 4 StVO verstoßen, der Mopedfahrer war der Kläger von dem Ganzen, bei einem von ihm durchgeführten Fahrmatt überhandelt es sich um kein erlaubtes Vorbeischlängeln, im Sinne des 12 Absatz 5, sondern um ein Vorbeifahren an einer angehenden Fahrzeuge im Sinne des 17 Absatz 1. Dieser forderte schon wegen der durch die angehaltenen Fahrzeuge bedingten Sichtbindung besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit. Der Kläger wäre daher gehalten gewesen im Zuge einer rechtswidrigen, rechtswidrigen Vorbeifahrt an der Fahrzeuge, lediglich eine Geschwindigkeit von 10 km einzuhalten, um auf eine abwiegende rechtswidrig reagieren und anhalten zu können. Es sei ihm daher auch der Verstoß gegen 20 Absatz 1 Fahrgeschwindigkeit eben anzulasten. Der Kläger könne sich aufgrund der verbotswidrigen Benutzung des Mehrzweckstreifens nicht auf seinen Vorrang berufen. Punkt. Macht euch bitte euer eigenes Bild, da steht ja noch dabei, der Umstand, dass ich auf dem Radweg ein Fahrrad hätte nähern können, bla bla bla, ist also auch unbedeutend. Das heißt also, hier steht vom OGH ganz klar, dass man nicht den Mehrzweckstreifen für das Motor, Fahrrad oder Moped verwenden darf, dass das ausschließlich für Radfahrer gedacht ist. Ich möchte noch den 8 Absatz 4 zeigen, wo das auch nochmal ganz klar drinnen steht. Heute haben wir sehr viele Fenster offen. So, ja, 8 Absatz 4, da müssen wir zuerst einmal oben lesen. Die Benutzung von Gehsteigen, Gehwegen und Schutzinseln mit Fahrzeugen aller Art und die Benutzung von Radfahrern mit Fahrzeugen, die keine Fahrräder sind, insbesondere Motorfahrern ist verboten. Dies Verbot gilt dann eben nicht und das ist eine Ausnahme für das Befahren von Mehrzweckstreifen mit Fahrzeugen, für welche der links an den Mehrzweckstreifen angrenzende Fahrstreifen nicht breit genug ist oder wenn das Befahren durch Richtungspfeile auf der Fahrbahn für das ein- und zweiter Fahrt angeordnet ist, wenn dadurch Radfahrer weder Gefährt noch behindert werden. So, das heißt, wir haben also auch hier ganz klar nochmal belegt und ich glaube, jetzt kann man auch entsprechend belegen bei Diskussionen und wissen auch für uns, je nachdem von welcher Perspektive man sieht, dass man sich eben immer oder nicht im Recht befindet, aber wir haben jetzt Klarheit geschaffen zu diesem Thema. Was ihr macht, ist natürlich jeweils eure Entscheidung und um das geht es mir hier gar nicht. Mir geht es nur darum, jetzt schalte ich wieder auf mich um, mir geht es nur darum, dass ich hier euch ganz klar zeige, was die Gesetzesgrundlage ist und dass wir einmal diese zwei Themen, denke ich, widerlegt und belegt haben mit entsprechenden OKH-Urteilen und mit entsprechenden Gesetzestexten, die ihr einfach auch selbst auslegen könnt, wo ich meine Meinung dazugegeben habe, ihr könnt eure Meinung, wie gesagt, wieder darunter posten zu diesen beiden enorm spannenden Themen, wo wir schon in Österreich, weiß nicht wie viel, darüber diskutiert haben. Ich denke, der heutige Bernhard-Sandy-Live-Talk hat hier enorm viel Klarheit in dieser Sache gebracht und vielleicht auch neuen Gesprächsstoff, auch vielleicht für die Fahrschulausbildung, für die Lenkerprüfungen und vielleicht auch für die ein oder andere Urteilsfindung oder Strafe im Zusammenhang mit Mehrzweckstreifen, sei es in der Benützung jetzt oder sei es auch eben im Vorbeibewegen an diesen Mehrzweckstreifen. Es ist kein Überholen, das Vorbeibewegen an einem Radfahrer, an einer Radfahranlage, das ist ganz klar, aber es gelten analog die Tatsachen und die Seitenabstände, dass wir nicht gefährden dürfen und dementsprechend auch analog eben diese Urteile, die wir angeschaut haben, des OGH. So, das war der allgemeine Teil. Ich habe euch versprochen, wir schauen jetzt noch in diesen etwas privateren Teil hinein. Jetzt kommt natürlich gleich mal eure Themen. Ich scrolle mal hier ein bisschen rum, was kam hier? Gute Besserung. Ich hoffe, dass mal jemand von der MA65 dieses Videos sieht, das hoffe ich auch. Bist du daheim? Ja, ich bin zu Hause. Jetzt kommt diese Zeit, wo ich wieder sehr viel arbeite, auch in den Fahrschulen fahre ich jetzt 24,7 jeden Tag, aber ich freue mich schon und es wird im Frühjahr dann hoffentlich wieder auch Urlaube geben. Ja, einmal fahre ich jetzt nach Kitzbühel in der Vorweihnachtszeit wahrscheinlich noch, aber das ist bei mir zu Hause und ja, so schaut es in meiner Wohnung aus. So, ja, wer da ist, hi, Gina, servus, schön dich zu sehen. So, ja, also gut, ich wusste, du schaffst das schon. So, gut, ja, meine Lieben, dann habe ich so ein bisschen die Kommentare durch. Ich möchte euch jetzt noch natürlich zeigen, die vielen Themen, die noch gekommen sind. Wo ist denn das da jetzt wieder? Jetzt habe ich da schon hunderte Zettel hier liegen. Ja, es kamen noch jede Menge weitere Themen hier hinein. So, ja, jetzt ist, da ist der Zettel. So, ich schalte nochmal um und da möchte ich jetzt auch ein bisschen nochmal drauf eingehen, kann man das lesen wieder. Chris Lutze nochmal, du willst ein Thema, ich hätte da eins für dich. Wie kriegen wir den Gesetzgeber dazu, uns Fahrschullehrern mehr oder überhaupt Mitspracherecht bei Gesetzesänderungen zu geben, damit nicht wieder mal so ein Blödsinn wie Hauptschulung X, wie wir es die letzten zehn Jahre hatten, herauskommt. Die Schüler haben sich zu Recht verarscht gefühlt und teilweise standen die Fahrschulen in einem schlechten Licht, weil sie Preispakete für sechs Doppelstunden schnüren mussten und die Schülerinnen meist mehr Fahrstunden brauchten. Dieser Mist hat in den letzten zehn Jahren sehr oft für viele Missverständnisse gesorgt, die bei einer vernünftigen Gesetzgebung, so wie wir sie ab Dezember wieder haben werden, nicht nötig gewesen wären. Sowas müsste in Zukunft verhindert werden. Das haben wir in der Fahrschulbranche, haben wir, die in der Fahrschulbranche arbeiten und auch die Schüler und innen nicht nötig. Und warum hat das zehn Jahre gedauert, bis der Gesetzgeber eingesehen hat, dass das Ausbildungsraum vor 2006 eigentlich doch besser war. Dein Thema für Sonntag, freue mich drauf. Ja, ich habe das Thema drunter, wie gesagt, genommen. Wir können nicht endlos alles nehmen, aber vielleicht werden wir da auch nochmal ein Live-Video machen dazu in ein paar Wochen. Grundsätzlich, ja, hast du das gesagt, ich denke jetzt mal positiv. Ich finde es schön, dass wir jetzt wieder eine neue Entwicklung haben. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, also da können wir gerne natürlich auch weiter diskutieren, vielleicht auch gerne per Postings. Dann was haben wir noch? Wieder grüßt Lutze. Mein Hirn rattert noch immer. Wie wäre es mit einem Anschauungsvideo bezüglich eines Reifenwechsels? Ja, das habe ich drunter gepostet. Das gibt es tatsächlich schon auf meinem YouTube-Kanal. Verlinke ich euch auch. So, was haben wir da jetzt noch an Kommentaren gehabt? Müllerchen, Christian Müller. Weil es gerade so schön zum Buch und zur kommenden Jahreszeit passt, wie komme ich auf Schnee und Eis sicher um die Kurven mit Front- und Heckantrieb? Ja, Müllerchen, das haben wir heute beim Fahrsicherstraining gemacht. Ich plane dazu auch ein Video. Da werden wir auch mal, also das wollte ich eigentlich ursprünglich auch als Thema nehmen, aber dann gab es mehr Likes auf das Thema von Chris Lutze. Ich möchte aber dieses Thema auch behandeln in den nächsten Wochen. Ja, also das werden wir auch aufnehmen, Müllerchen. Ja, und ich hoffe, du bist dann auch dabei. So, ja, das war so. Was haben wir da noch? So, das haben wir schon gehabt. Das war die Wiederholung. Da fehlt mir noch was. Sabrina Wachtl. Ja, Sabrina, so, deine Frage war, ich muss das jetzt nämlich auch mal über meine eigene Kamera lesen, jetzt nicht einfach. So, Mietwagen leihen, auf was muss man achten, was passiert bei einem Unfall, wenn man zum Beispiel kurz nach Ungarn fuhr und so weiter. Top Thema. Ja, liebe Sabrina, auch das, es gibt noch viele Sunday-Live-Docs, auch das werden wir mal behandeln. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem, was muss man da aufpassen, wenn man jemanden Mittwagen nimmt und so, liebe ich dieses Thema. Ja, Führerscheinrechtlich, wann gilt mein Führerschein, wann nicht und so weiter und so fort. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Martina Seiler, oh, jetzt habe ich schon welche bestellt, kommen und morgen laut Amazon. Was genau hat sich geändert? Achso, das war ja, das haben wir schon geklärt, das war nur die Geschichte. Es war kurz drei Tage in meinem Buch auf Amazon nicht erhältlich, weil ich ein kleines Update gemacht habe, aber das war ein Tippfehler in einem Titel, der reingerutscht ist. Du hast ein Buchstabe reingerutscht, zu viel. Das habe ich am Anfang bewusst gelassen, dass das Buch erhältlich ist, habe es aber jetzt auch mal aktualisiert. Es waren so ein Beistrichfehler. Also jetzt seit drei Tagen ist dann die aktuellste Variante von meinen Büchern wieder auf Amazon erhältlich. Auch da gebe ich euch natürlich den Link rein. So, und das waren so die Themen, die mir aufgefallen sind. Falls ich eins vergessen habe, bitte postet es mir auch wieder darunter. Ja, so, jetzt was haben wir noch heute? Das waren so die Themen für die nächsten Wochen. Ich danke also wirklich von ganzem Herzen all den lieben Leuten, die hier teilnehmen und mich freut es auch unheimlich, dass dieser Sunday-Live-Talk tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, immer bekannter wird, auf YouTube abgerufen wird. Hier wirklich oft abgerufen wird, natürlich auch im Nachhinein noch. Ich freue mich da wirklich sehr und ich hoffe, ich kann hier auch wirklich was sinnvolles Content bieten. Deshalb bemühe ich mich unheimlich im Gegensatz zu vielen anderen Live-Videos und YouTubern, also hier wirklich konkret die ersten 15 Minuten immer direkt mal in das Thema einzugehen. Dann im zweiten Teil können wir ja, meine Lieben, den Sonntagabend gemütlich immer ausgehen lassen und ein bisschen plaudern. Dass das eine erste Banktasse ist, ist bitte Zufall. Ich habe dir nur geschenkt bekommen zwischendurch bei der Firmengründung und jetzt ist das halt, aber das war jetzt Zufall, weil dir gerade aus einem Geschäftspiel rausgekommen ist. Soll keine Werbung sein, keine Produktplatzierung. So, dann ja, was haben wir jetzt noch? Ja, was mich sehr freut, der Sunday-Live-Talk, wie gesagt, wird immer bekannter. Bitte macht Werbung, bitte teilt diese Videos, bitte schaut, dass ich immer mehr einstecke. Ich freue mich unheimlich über jeden Einzelnen, der immer wieder dabei ist, das Video live mitverfolgt und mitpostet und natürlich noch mehr da auch wirklich mitdiskutiert und genauso natürlich auch über die Leute, die das Video nachher anschauen und dann noch dazu posten und ich hoffe, dass viele Leute dieses Video sehen und wie der Chris gesagt hat, vielleicht sollten auch Leute dieses Video sehen, die davon betroffen sind an erster Stelle. Gut, dann haben wir noch, so, Seite 6, Seite 7, jetzt muss ich dann mal schauen, dass ich nichts vergesse. Ja, Fahrschulausbildung, ja, das haben wir schon gemacht. So, ja, dann kommen wir natürlich ganz wichtig zum Gewinner des Buches. Das beste Thema, die meisten Likes, er wusste, ich schaffe es, das Buch ist jetzt spiegelverkehrt, das liegt an dieser Facebook-Live-Kamera, du bekommst dann nicht spiegelverkehrt, ist nämlich dieses dann eben, so. Ich schalte mal um, so. Hier vorne sieht es normal aus. Chris Lutze, du hast gewonnen von mir Fahrdynamische Grundlagen, warum dein Auto nicht driftet. Gewinn bekommst du selbstverständlich nächste Woche. Ich freue mich sehr, dass ich das herschenken darf, dieses Buch. Bei 1000 Likes auf der Facebook-Seite gibt es dann das nächste Gewinnspiel. Ja gut, ich weiß, das ist jetzt ambitioniert, aber ich denke, wir schaffen das in der nächsten Zeit irgendwann. Ja, und ich freue mich, wenn das also immer größer wird, das Ganze. Ja, also Buch gewonnen, gratuliere, Buch bekommst du selbstverständlich und gerne. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen, was mich auch sehr freut, an eigener Stelle kann man dazu sagen, immer mehr Fahrschulen haben sich jetzt schon um mein Buch gekümmert und wollen also umsteigen auf mein Fahrschulbuch, das freut mich natürlich auch sehr. Das wollte ich noch sagen, ansonsten denke ich, haben wir jetzt einmal für heute so ziemlich alles durch. Ja, ich bringe das Ganze dann also auch auf YouTube wieder rüber. Bitte abonniert auch meinen YouTube-Kanal jetzt dann, dass wir hier wirklich langsam aufbauen können. Ich versuche jetzt auch nach und nach, wie gesagt, besser zu werden. Ich sage einmal, so vier, fünf Wochen werde ich noch brauchen, bis ich mit dem ganzen Facebook und YouTube und Live und öffentliche Seite und privates Profit und pipapo. Für so einen kleinen Fahrler, wie ich es bin, ist es nicht ganz einfach, mit diesen Dingen von Null auf Tausend zurechtzukommen. Vor der Kamera zu sprechen, das ist alles noch ein bisschen Aufregung und Nervosität dabei. Aber ich denke, in ein paar Wochen werden wir alle gemeinsam darüber dann lachen und das also immer besser hinbekommen, wie mein Motto ist. Es gibt ein paar so Sprichwörter, wer aufhört besser werden zu wollen, hört auf gut zu sein, sage ich immer. Das zweite Thema, das jetzt genau zu diesen Live-Talks passt auch, ist so Dinge, wie wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Also da bemühe ich mich jetzt halt auch einfach eben, wie gesagt, für euch besser zu werden, Equipment zu kaufen. Ich habe jetzt schon mal so ein MacBook besorgt, eigentlich hätte das heute für den Live-Talk verwendet werden sollen. Hat nicht funktioniert, das Handy tut es auch, aber wie gesagt, ich versuche hier so ein bisschen Equipment zu besorgen, dass das auch immer besser wird, auch vom Ton und so. Aber ich denke, es kommt von Herzen für euch und gerade die ersten 15 Minuten Bomben-Content von diesen Sunday-Live-Talks. Das ist schon mal, hoffe ich für euch. Ich wünsche es mir sehr kostenlos, natürlich selbstverständlich für euch Wert einzuschalten. Ja, noch etwas, was ich dazu sagen wollte, was es kostenlos gibt. Ich habe also wirklich 24-7 gearbeitet an diesem Projekt auch die letzten Tage. Auf meiner Homepage ist wieder also manches dazugekommen, www.bernathummel.at. Klickt euch mal rein. Ich habe jetzt mich bemüht, einfach mal L-Schilder für den Download zu machen, natürlich auch alles ohne Haftung bitte, als PDF und die sind jetzt nach meinem Ermessen, ich habe das alles also mehrfach gemessen und herumgespielt und diese L-Schilder sind jetzt erstens mal schön sauber, nicht voll gedinkt mit Werbung oder sonst irgendwas und die kosten auch nicht 16 Euro oder was man dafür zahlt oder mehr in Fahrschulen beim MTC, sondern die kann man kostenlos runterladen auf meiner Homepage, wer so solche L-Schilder braucht. Bitte die Fahrschule mich nicht zu hassen jetzt dafür, ich versuche hier also nur sinnvollen Content für Österreich und die Welt zur Verfügung zu stellen. Kann man also auch diese L-Schilder und jede Menge andere interessante Dinge, Fahrtenprotokoll aus dem Gesetz und so weiter. Ich habe jetzt einen eigenen Reiter mit Links und Downloads gemacht. Klickt euch da durch, vielleicht ist was kostenlos für euch dabei, genauso kostenlos wie gesagt wie dieser Sunday Live Talk. Einfach ein Angebot im Zeichen der Dankbarkeit von mir, für euch, für alle, die hier zugeschaut haben. Das war es also für heute mit diesem Sunday Live Talk. Schaut euch das ruhig nochmal in Ruhe auf YouTube und Facebook alles an von Anfang an. Es bleibt ja gespeichert. Ich verlinke euch alles was wir verwendet haben jetzt dann nachher sowohl auf Facebook als auch auf YouTube drauf. Und seid froh, dass ich auf Facebook und YouTube bin und wir haben es nicht direkt gesehen, aber wir werden mich da sehr freuen wieder nochmal, denn über YouTube und Facebook bin ich nicht ansteckend mit meiner Nase, die komplett zu ist und meiner Verkühlung. Ich werde jetzt mal noch schnell, ja, als erstes mal duschen gehen heiß, dann lade ich euch die Videos hoch und dann verlinke ich euch das alles. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, vor allem bis zum nächsten Sunday Live Talk nächste Woche um 19 Uhr. Ich wünsche mir gerne weitere Themen, auch wenn wir schon jede Menge haben. Jedes Thema freut mich bitte auch um rege Diskussionen über das heutige Thema. Bitte teilt meine Facebook-Seite, bitte drückt auf Gefällt mir, bitte liked vor allem meine Facebook-Seite und drückt als erstes Anzeigen, denn wie ihr gemerkt habt, seit heute und ab jetzt immer machen wir diesen Live Talk auf der offiziellen Facebook-Seite und nicht auf dem privaten Profil, wo man also dadurch natürlich nicht informiert wird, so wie auf dem privaten Profil unter Umständen, aber dafür werden wir hier immer größer werden und ich möchte dieses private Profil und diese Sunday Live Talks einfach trennen und es kann dann jeder selber entscheiden, ob er das erstens mal diese Seite gefällt mir drücken will. Ich würde mich natürlich sehr freuen und zweitens natürlich, ob er dann tatsächlich eben Live-Übertragung empfängt oder nicht. Gut, alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg bei all euren Projekten. Ich freue mich schon auf den nächsten Sunday Live Talk nächste Woche. Bleibt mir gesund und bitte like und abonnieren und danke euch für die Unterstützung, das ist echt top und gratuliere zum Gewinn, lieber Chris. Tschüss, bis bald meine Lieben. Alles Liebe, alles Gute, bitte zahlreiche Diskussionen unter den Videos.